Hier ist nochmal Tiffersport.fm, also hier sieht es genauso aus wie Sau wie gestern. Hier stinkt es so einer Pisse wie gestern, hier liegt alles rum, ja. Energie, Cola, hier sieht es genau alles, der Siff drauf, man sieht es jetzt nicht, das reflektiert, kann ich nicht anfassen, kriege ich Kretze an den Finger. Hier ist noch das abgebrochene Stange, da liegt der Müll und es stinkt wie Pisse. Hier hat einer irgendwas hingeschüttet, Babykleidung oder irgendwas. Vom Kinderwagen wird einer auf die Fresse gefallen sein, der Treppe runter. Da ist ganz klar, sie hat sich den Hals gebrochen, weil ihr vom Bahn, nicht der Bahnschaftler, sondern die Asozialen da oben, ja, hier nur Geld einnehmt. So eine Türe rausgebrochen, bitte halte mich sauber, ja, komm ich muss. Es ist furchtbar, dass man hier noch bezahlen muss für, das ist das Verbrechen. Hier ist wieder Invictus, ja, und es stinkt nach Pisse, das stinkt nach Pisse. Ja, hier, da, boah, hier sind die Pisse, solche noch, da, gerade frisch einer hingepisst. Und da auch, da musst du als Fahrgast durchlaufen. Ich muss mich was schämen. Da ist immer noch kaputt, die Bahn. Licht, Beleuchtung, alles. Ja, die Uhr ist kaputt, bleibt stehen, also unglaublich. Ist ja nicht, dass wir keine 3,80 Euro haben, die Tasche. Ich habe eine Karte bei, da sind 900 Euro drauf, schnell will ich zu zahlen. Hier, ganz frische Pisse, da muss jetzt durchlaufen, durch Pisse und Seuche. Das hat heute nicht gerechnet, es war 35 Grad warm, ja. Nur mal so, dieses Dreckspack, Bahn. Und ich muss das Fahrrad hier noch tragen, mit einer Hand dabei. Ja, deswegen werden die Leute Hitler, besser Hitler wie CDU oder Hitler wie Merkel, sagt man, ja. Die von RTL, die Quizshow-Karten. Genial daneben, so kann man das nennen. Bundesbahn, genial daneben, da.